Heute ist es soweit. Ich bin angekommen in der isländischen Stadt Isafjordur zu einem großen Abenteuer, einem zweiwöchigen Segelturn auf der legendären Freitags III, dem Boot der weltbekannten Seglerlegenden Erich und Heidewilz. Die Reise führt uns an die Ostküste Grönlands. Die Freitags III ist eine Spezialanfertigung einer Hydra, einer Rheinke Hydra 16, also 16 Meter, Rheinke Hydra 16 Meter, die speziell für nördliche oder arktische Gewässer gebaut wurde. Doppelt und dreifach überdimensioniert in Fragen Sicherheit und der Zusatz Eis bedeutet, dass der Rumpf auch verstärkt ist, um in arktischen Gewässern mit leichtem Eisgang zurecht zu kommen. So gehen wir mal rein in das gute Schiff. Hier oben ist das Cockpit. Alles schon ein bisschen vollgestellt. Bequem, damit Skipper und Crew gemeinsam Platz finden. Unten links ist jetzt die Küche, dahinter der Salon. Alles vollgestellt mit Ersatzteilen, Sachen die unterwegs gebraucht werden, Vorräten und so weiter. Das Schiff ist ausgestattet mit großen Stauräumen um längere Zeit autark unterwegs zu sein. Hier die Toilette der Crew und nach Achtern raus, drei Doppelkabinen, links, Mitte und rechts. Und hier unten in dieser Kabine ist meine Schlafstelle. Heute ist Freitag, der 20.08.2021. Der erste Tag auf See mit der Freidys. Wir haben ganz ruhiges Wetter. Wir segeln gerade noch um die isländische Küste rum mit Kurs auf Grönland, das wir so in 2,5-3 Tagen erreichen wollen. Wir sind heute früh um gegen halb neun gestartet. Und die Crew ist sehr nett. Hier sind sechs Gäste, der Skipper und seine Frau. Hier vorne sind die Jocken und dort ein bisschen auf. Und nach Achtern zu ist der Rest der Crew, der Skipper Heide und der Kopf von Gerrit zu sehen. Vorhin haben wir schon eine kleine Schule Delfine gesehen, aber das wird sicherlich noch mehr werden im Laufe der Zeit. Das ist wunderschön. Hier kommt Ralf gerade. Und jetzt seid ihr alle im Fernsehen. Ich hoffe, es stört keinen. Das Licht ist hier so anders. Hohe Luftfeuchtigkeit, Nebel. Sieht aus wie Feenlandschaft. Ja, ja, ja. Die draußen wochen, die Eifel, die Bindschuhen, haben wir alles noch in der Schule gehören. Ja, ja. Und die Glocke, dass die Schule gehören. Ja, ja. Und die Glocke, dass die Schule gehören. Heute ist der 21. August 2021. Wir haben jetzt von Isafjordur Richtung Grönland die Hälfte der Strecke geschafft. Und heute Mittag sind hier vor uns direkt riesige Eisberge aufgetaucht. Spektakulär. Ja, ich drehe mal rum, dann kann man die sehen im Hintergrund ganz links. Das ist ein richtiger Risiko. Dieses Schimmer und das Blau da unten, der sieht herrlich aus. Ja. Also, woher ist alles passiert? Das ist wahrscheinlich einfach nur... Ja, ein bisschen Schnee wird das wohl sein. Das ist noch ein bisschen davon. Bitte steht auch Aufrüst dabei. Das geht auf dem Rücken, was du da machst. Könnt ihr euch alle dreimal umdrehen und hier reingucken und in die Kamera lächeln? Ja, super. Und jetzt wieder bücken. Los. Arsch, hat er gesagt. Heute ist Sonntag, der 22.08.2021. Wir haben gegen Mittag die grönländische Küste erreicht, nach zweieinhalb Tagen Fahrt, die sehr windarm und damit einigermaßen ruhig war. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem seekrank geworden, ein Stück. Aber mit Gomex habe ich das dann wieder hingekriegt. Ja, und diese Landschaft hier, die ist den ganzen Aufwand wert. Also, Spaß beim Gucken. Wir werden geradeaus dort in einen kleinen Fjord einfahren. Und zwischen den Inseln dann Richtung Tarsilak uns bewegen. So, jetzt fahren wir gleich ein in die vorgelagerten Inseln von Tarsilak. Das wird dann teilweise ziemlich eng. Geht steil runter. Aber unter Wasser sind auch Klippen und Umtiefen. Es ist nicht einfach hier zu navigieren. Wir sind dann hier an diesem Punkt und wollen quasi hier durchgehen und hier rum. Und hier ungefähr ist der Seegnack. Teilweise wunderschöne Eisbergformationen. Wie von einem Bildrohr gemacht. Draußen ist es ziemlich kalt. Circa 5 Grad. Aber die feuchtkalte Luft und der Fahrtwind, das fühlt sich dann schon eher nach Frostgraden an. Gefährlich werden können hier diese kleinen sogenannten Growler. Also diese Mini-Eisberge, die immer wieder im Wasser schwimmen, die man nicht so gut sieht. Und an der Oberfläche sehen die klein aus. Aber insgesamt haben die die zehnfache Größe und der Rest ist unter Wasser. Wenn man da mit dem Schiff davor fährt, nimmt man schweren Schaden. Ja, wie es aussieht wird es eng da vorne. Da liegt ein sehr großer Eisberg in der Einfahrt von der Insel. Ich weiß aber, ob wir da vorbeikommen. Ansonsten müssen wir zurück und außen rum um die Inselgruppe. Also dann eben nicht hier durch, sondern hier außen rum. Das ist wieder rein. Ah doch, da ist ausreichend Passage frei. Das sah vorhin schlimmer aus. Aber hier ist ganz schön noch offenes Wasser. Mal sehen, da hinten sind noch ein paar Eisberge. Die hat es alle da reingeschoben in den Fjord. Also inzwischen die Inseln. Mal sehen, ob da genügend Raum bleibt, dass wir durchkommen. Faszinierend, was für einen Blauton die Eisblöcke hier leuchten. Das hoch komprimierte, hartes Eis, wenn das so schimmert. Uralt. Das ist übrigens ein Eisblock, der sich gedreht hat. Man sieht das an den glatten Formationen. Wenn die im Original sind, dann sieht man noch so die Gestaltung, wie sie vom Gletscher abgebrochen sind. Die deutsche Bildung. Das war, wenn es nur ein paar Jahre alt ist, dann wird das so schimmert. Und das war, als wir uns im Lied. Das war, wenn es nur ein paar Jahre alt ist. Das war, wenn es nur ein paar Jahre alt ist. Und dann sieht man noch so die Gestaltung, die hier in den Köln. Das war, wenn es nur ein paar Jahre alt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist der 22.08.2021, 17.35 Uhr, Ortszeit. Und ich habe das erste Mal grönländischen Boden betreten. Im Hintergrund ist das wie Lack. Die Freitas hat hier im Hafen längst festgemacht. Und von hier aus werden wir jetzt Grönland erkunden. Wahrscheinlich werden wir die nächsten beiden Tage hierbleiben, weil uns ein ziemlich starkes Windgebiet ins Haus steht. So dass wir hier die nähere Umgebung erkunden und die Fjorde. Und wenn dieses Schlechtwettergebiet durch ist, dann werden wir weiterfahren Richtung Norden. Und wenn dieses Schlechtwettergebiet durch ist, dann werden wir weiterfahren. So, heute ist heute der 23.08.2021. Wir sind in Tasilak, waren gerade einkaufen. Es ist wunderschönes Wetter, es ist warm. Frühlingshaft kann man sagen. Warm. Und ja, der Ort macht eigentlich einen ganz netten Eindruck. Übergebaut und getan. Da unten im Hafen liegt die Freitas. Man kann leider nur im Moment den Mast sehen, weil gerade Eppe ist. Aber es ist eine wunderschöne Gegend hier. Also hier werden noch viele, viele schöne Bilder kommen. Wir wollen morgen weiterfahren in einen großen Fjord. Und dann wahrscheinlich nochmal hierher zurückkehren, bevor wir uns dann nach Norden bewegen. Und von da aus dann Richtung Island wieder zurückfahren. Heute ist Dienstag, der 24.08.2021. Ungefähr 12 Uhr mittags. Wir sind heute früh gestartet von Tasi'ilak. Und wollen uns jetzt nördlich durchschlagen. Zum Sermalik Fjord. Ich zeige das mal auf der Karte. Wir sind hier in Tasi'ilak, oder Tasi'ilak heißt es heute, gestartet aus der Bucht raus. Und bewegen uns jetzt hier hoch. Momentan sind wir hier ungefähr an der Stelle im Icazatiwak Fjord. Und fahren dann hier durch. Und ziehen uns dann nach hier oben durch. Und hier oben münden drei Gletscher. In diesem Fjord. Und das soll heute so unser Reiseziel sein. Das sollen eigentlich, sollen da spektakuläre Aufnahmen möglich sein von Gletscher, Abbrüchen, Eisbergen und so weiter. Wir haben die Hoffnung, dass wir da trotzdem genügend Fahrwasser haben, dass wir einigermaßen hier in diesem Bereich hochkommen. Danach wollen wir uns dann hier zurückbewegen. Und hier in diesem Bereich soll dann irgendwo ein einigermaßen guter Ankerplatz sein. So, während wir hier gemütlich den Sermelik Fjord hochschippern, möchte ich euch nebenher eine kleine Geschichte erzählen. Der Sermelik Fjord hat mich noch einen zweiten Namen. Und zwar Ege der Oog Rote. Was so viel heißt wie Erik der Rote. Dieser Erik der Rote lebte etwa um 950 bis 1003 unserer Zeitrechnung. Und gilt als der Namensgeber von Grönland. 985 segelte er mit 25 Schiffen nach Grönland, von denen 14 Schiffe ankamen. Und er war also quasi der Gründer der ersten Siedlung auf Grönland. Er starb 1003 an einer Epidemie. Er hatte vier Kinder, drei Jungen und ein Mädchen. So, und das Mädchen hatte einen Namen. Und ratet mal, wie der Name des Mädchens war. Freidis. Sagt euch das was? Guckt mal auf das Schiff, dann könnt ihr irgendwas entdecken. Okay, viel Spaß beim Suchen. Ja, tatsächlich war die Freidis, diese Tochter Erik des Roten, die Namensgeberin unseres Schiffes. Freidis der dritten, auch der zweiten und auch schon der ersten. Man bleibt sich halt treu bei den Wills. Ja, tatsächlich war die Freidis. 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 Vielen Dank.